Heute sind wir in Juárez, an Paris, in einer ganz kleinen Stadt, hier in der Paris Region, Katarboniens. Und vor uns haben wir bei Aliema ganze Menschenwürme, aber heute sind wir ein bisschen anders, sie sind vielleicht sehen, sie sind Alcons, Palken, und die Mannschaft, die wir vor uns haben, Palken, und das sind die Patronsa Piera. Hier ist eine andere reine Stadt, die auch hier in der Paris Region liegt, aber ein bisschen weiter von her in der Kubasa erneuert. Und wenn wir jetzt diese katalanische Palken mit den neuen Firmen, die wir für die Firmen am besten vergleichen, dann werden wir sehen, dass diese Konstruktionen viel mehr dynamisch sind. und sie haben auch einen ganz anderen Ursprung. Diese Konstruktionen stammen aus Toren, aus der Artipatik, weil die Menschenwürme ursprünglich eine religiöse Traditionen haben. Wir haben die Alponsa Piera, die wir in Juárez auch am Essen fahren, auf der Kalonien gesehen haben.